Gut, das müssen wir im Laufe der Woche nochmal erklären. Ich kriege aber Signal, wenn ich loslegen soll. Wohin soll ich gucken? Ja, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich begrüße Sie ganz herzlich heute Abend zum digitalen Informationsabend des Ratsgymnasiums. Ganz besonders herzlich begrüße ich die Eltern der jetzigen Viertklässlerinnen und Viertklässler der Grundschulen hier am Ort und an anderen Orten. Wir freuen uns sehr, dass Sie uns heute Abend hier begleiten werden. Mein Name ist Martin Zorwehm. Ich bin der Schulleiter des Ratsgymnasiums, bin aber nicht alleine da. Mein Team wird sich Ihnen heute Abend auch noch vorstellen und wir werden als erstes einen kleinen Informationsfilm schauen, den wir für Sie vorbereitet haben an unserem Erprobungsstufenhaus im RG 2. Es besteht währenddessen aber schon und auch danach die Möglichkeit, uns im Chat Fragen zu stellen. Wir werden uns dann bemühen, dass wir Ihre Fragen hier live auch auf der Bühne im Anschluss an den Informationsfilm beantworten werden. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Wir befinden uns jetzt hier im Ratsgymnasium 2, unserem Erprobungsstufenhaus, für die fünften und sechsten Klassen, die hier allein unterrichtet werden. Wir befinden uns ganz aktuell im Klassenraum der Klasse 5a, so dass ich auch mal einen Eindruck bekomme davon, wie ein Klassenraum einer typischen fünften Klasse aussieht. Ich bin aber natürlich nicht alleine heute Abend hier, denn am Ratsgymnasium arbeiten wir immer im Team zusammen. Ich habe also nur mir Unterstützung mitgebracht, und zwar… Schönen guten Abend, ich bin Jan-Kladius Wagner, der stellvertretende Schulleiter am Ratsgymnasium. Auch von meiner Seite ein herzliches Willkommen. Ich bin Eva Terhorst, die Koordinatorin der Erprobungsstufe. Hallo, mein Name ist Tanja Rolle und ich arbeite in der Erprobungsstufe mit. Es wird Sie sicherlich interessieren, wie wir den Übergang von der Grundschule zum Gymnasium hier gestalten. Uns ist wichtig, dass die Kinder sich von Anfang an hier bei uns an der Schule wohlfühlen. Deswegen laden wir Sie ein zu einem Kennenlern-Nachmittag bereits vor den Sommerferien. Dort werden die Kinder ihre neuen Mitschüler kennenlernen, aber auch das neue Klassenlehrerteam und schon einmal die Räume hier im Gebäude erkunden, in denen sie später nach den Sommerferien mit dem Unterricht starten werden. Uns ist wichtig, dass die Kinder von Anfang an von einem Klassenlehrerteam betreut werden, das in Beziehung geht mit den Kindern. Wir haben auch darüber hinaus ein möglichst kleines Fachlehrerteam, das sich mit den Klassenlehrern ständig austauscht, sodass wir die Kinder in der Jahrgangsstufe gut begleiten können. Wichtig ist uns auch, dass wir immer wieder mit den Eltern in Kontakt gehen und uns gerade in dieser Anfangsphase intensiv mit den Eltern austauschen. auch werden wir zu Beginn den Kontakt mit den Grundschulen suchen, sodass wir dann den Übergang von der Grundschule hier zu unserer Schule gehen. Wir befinden uns jetzt hier im Ratsgymnasium 2, unserem Erprobenstufenhaus für die fünften und sechsten Klassen, die hier allein unterrichtet werden. Und unterstützen die Kinder hier, um sich einzugewöhnen. Also, alles ist uns wichtig, damit sie sich hier von Anfang an wohlfühlen und das ist für uns die Grundlage, um wirklich gut lernen zu können. Das RG2 ist voll auf die Bedürfnisse der Jahrgangsstufe 5 und 6 ausgerichtet. Neben den Klassenräumen gibt es jeweils Differenzierungsräume, die wir nutzen können, um die Kinder auch individuell zu fördern und in Kleingruppen sie zu unterstützen und mit ihnen zu arbeiten. Darüber hinaus haben wir die verschiedensten Fachräume hier direkt im Gebäude, sodass keine Wohlfühlen und das ist für uns die Grundlage, um wirklich gut lernen zu können. Das RG2 ist voll auf die Bedürfnisse der Jahrgangsstufe 5 und 6 ausgerichtet. Neben den Klassenräumen gibt es jeweils Differenzierungsräume, die wir nutzen können, um die Kinder auch individuell zu fördern und in Kleingruppen sie zu unterstützen und mit ihnen zu arbeiten. Darüber hinaus haben wir die verschiedensten Fachräume hier direkt im Gebäude, sodass keine Wechseln notwendig sind. Wir verfügen über einen modernen Chemie- und Physikraum hier in dem Gebäude und einen Biologieraum, über den Musikraum und über einen modern ausgestatteten Kunstraum. Wir verfügen hier am Ratsgymnasium über zwei Schulhöfe, einerseits über den Schulgarten, in dem die Kinder ihre Pausen verbringen können und sich ausruhen können. Und andererseits über einen Schulhof, auf dem sie sich frei bewegen können und die Pausen aktiv gestalten können. Besonders gerne nutzen die Kinder die Tischtennisplatten vor der Tür. Sicher interessiert sie auch, wie bei uns der Unterricht gestaltet wird. Jan, dazu kannst du was sagen. Der Stundenplan ist immer eine spannende Sache. Und wenn Sie sich hier den beispielhaften Stundenplan einer fünften Klasse anschauen, werden Sie feststellen, Mensch, der unterscheidet sich ja kaum von dem Stundenplan unserer Kinder jetzt in der vierten Klasse. Und genau damit haben Sie auch schon einen ganz zentralen Punkt, der uns wichtig ist, erkannt. Der Übergang von der vier zu fünf soll ein sanfter sein. Und wir wollen, dass Ihre Kinder sich hier von Beginn an wohlfühlen. Und das beginnt für uns auch damit, dass wir in den Jahrgangsstufen fünf und sechs auf den Nachmittagsunterricht verzichten. Ihre Kinder werden also jeweils in der fünf und in der sechs nur von acht Uhr bis viertel nach eins verbindlichen Unterricht haben. Sie haben danach selbstverständlich die Möglichkeit, Nachmittagsangebote wahrzunehmen. Aber der Unterricht konzentriert sich allein auf den Vormittag. Dieser Vormittag beinhaltet die ganz klassischen Fächer Deutsch, Mathe, Englisch, die Sie auch schon aus den Grundschulen kennen. Neu ist dann, dass sich das Fach Sachkunde bei uns am Gymnasium etwas aufsplittet. Wir haben in der fünften Klasse Biologieunterricht, es kommt der Physikunterricht. Dazu im künstlerisch-musischen Bereich haben wir die Fächer Kunst und Musik. Neu werden, und die Aufmerksamen unter Ihnen werden es vielleicht schon gesehen haben, werden zwei Fächer sein. Einmal das Fach Medienbildung, wo gleich Frau Rolle Ihnen etwas zu erzählen wird, und das Fach Klassenlehrerstunde. In dieser Klassenleiterstunde greifen wir den Teamgedanken, der uns ja schon mehrfach begleitet hat, als wichtigen Baustein erneut auf. Unsere Klassenleitungsteams haben alle eine Fortbildung des Lions Clubs durchlaufen und können daher im Bereich Soziales Lernen, aber auch im Lernen Lernen gemeinsam mit ihren Kindern intensive Bausteine angehen, die für den Übergang von der 4 zur 5 wichtig sind. Diese Klassenleiterstunde ist aber auch einfach eine Stunde, wo die ganz alltäglichen Problemchen einer Woche gemeinsam besprochen werden können. Ich möchte Ihnen jetzt ein wenig etwas über das Fach Medienbildung an unserer Schule erzählen. Medienbildung unterrichten wir sowohl in der 5. als auch in der 7. Klasse einstündig. Dort lernen die Kinder den Umgang mit Tablets, sie lernen Präsentationen vorzubereiten und es handelt sich hierbei um ein fächerübergreifendes Angebot. Das heißt, Inhalte verschiedener Fächer werden eben mithilfe unserer Tablets, die Sie hier sehen, wir haben an jeder Etage hier im Ratsgymnasium 2 einen Tabletkoffer, werden dort erarbeitet und auch gefestigt. Neu für das nächste Schuljahr ist, dass die kommenden 5er, wenn sie in die 6. Klasse kommen, auch das Fach Informatik bekommen werden. Das heißt, dass wir auch dort eben noch stärker darauf achten werden, dass die Kinder mit den digitalen Medien von Anfang an gut aufgehoben sind bei uns. Die Plattform, mit der wir bei uns an der Schule arbeiten, ist iServe. Das kennen Sie vielleicht auch schon von den Grundschulen und wir haben auch gerade jetzt in den Zeiten des digitalen Lernens sehr gute Erfahrungen damit gemacht. Es handelt sich dabei um eine Plattform, die wirklich datenschutzkonform arbeitet und die Kinder werden auch dort im Fach Medienbildung geschult. Des Weiteren haben wir bei uns Medienscouts. Medienscouts sind ältere Schüler, die eine besondere Fortbildung im Bereich gemacht haben und neben den Fortbildungen, die sie natürlich dann weitertragen in die 5. Klassen, dann auch noch so etwas machen wie, wie gehe ich eigentlich verantwortungsvoll mit den Medien um? Wie nutze ich mein Handy? Was sind die Gefahren von WhatsApp? Die Medienscouts werden auch Workshops anbieten zu Cybermobbing und auch dort wird es Elterninformationen für sie geben, damit auch sie auf dem Stand sind, den ihre Kinder dann haben. Ja, Herr Wagner hat es eben schon einmal angesprochen. Ihre Kinder werden in der 5. und 6. Klasse ganz verlässlich den Unterricht haben, von der 1. bis zur 6. Stunde. Aber auch danach haben wir natürlich ein Angebot für sie, damit ihre Kinder betreut sind. Bei uns ist es eben kein gebundener Ganztag, sondern es handelt sich um einen offenen Ganztag und die Vorteile dieses offenen Ganztags, die legt Ihnen jetzt Herr Wagner noch einmal nahe. Flexibel, verlässlich und kostenlos, das sind die Schlagworte, mit denen man unsere Hausaufgaben und Ganztagsbetreuung am Ratsgymnasium umschreiben kann. Die Ganztagsbetreuung beginnt mit einem warmen Mittagessen, das an vier Tagen der Woche von Ihnen gebucht werden kann. Im Anschluss würden dann Ihre Kinder die Hausaufgaben machen und im Anschluss an die Hausaufgaben besteht dann noch die Möglichkeit, sich auf dem Schulgelände und in unseren Mediotheken spielerisch etwas auszutoben. Flexibel heißt, Sie können diese Bausteine so buchen, wie Sie es für Ihren familieneigenen Stundenplan benötigen. Das heißt, montags vielleicht brauchen Sie nur das Mittagessen. Am Dienstag soll es bis zur Hausaufgabenbetreuung gehen, am Mittwoch benötigen Sie gar nichts und am Donnerstag dann vielleicht das gesamte Programm bis vier Uhr. Sie sehen, bei uns haben Sie die Verlässlichkeit an jenem Tag, wie Sie es familiär benötigen, Unterstützung zu erhalten. Diese Sachen funktionieren vom Beginn des Schuljahres und wenn sich Dinge bei Ihnen ändern, finden wir auch da bei uns Möglichkeiten, dass wir in unseren Betreuungsangeboten flexibel auf Ihre Wünsche reagieren können. Gelernt wird bei uns aber nicht nur im Klassenzimmer und im Schulgebäude, sondern oft auch außerhalb des Schulgebäudes. Denn wir bieten Ihnen hier an der Schule auch ein reichhaltiges Angebot an Arbeitsgemeinschaften und anderen Möglichkeiten, sich über den Unterricht hinaus einzubringen und zu engagieren. Und auch besonders die Stärken Ihrer Kinder zu fördern. Denn auch wir stellen fest, dass wir viele Kinder hier haben, die in dem einen oder anderen Bereich besondere Talente mitbringen. Und wir versuchen auch diese Talente besonders in den Blick zu nehmen und dafür auch besondere Angebote zu machen. So zum Beispiel im sportlichen Bereich gibt es bei uns die Kanu AG, die Ems ist vor der Tür und wir haben unsere eigene Kanu-Trainingsstrecke und auch den eigenen Bootsanleger. Kinder ab der siebten Klasse können sich hier engagieren und können also Kanu fahren und auch an Wettbewerben teilnehmen. Aber nicht nur der Sport wird hier groß geschrieben, sondern auch Musik und Kunst. So können die Kinder zum Beispiel im musikalischen Bereich am Chor teilnehmen. Auf verschiedenen Altersstufen gibt es Angebote. Oder am Schulorchester teilnehmen, im Schulorchester mitspielen, der Musikbox. Alle Kinder, die ein Instrument spielen und das gerne möchten, sind da herzlich willkommen. Wir freuen uns immer über Nachwuchs, auch schon in den fünften Klassen. Doch es geht nicht nur um Sport und Musik. Auch in ganz anderen Bereichen können wir Stärken ihrer Kinder gezielt fördern, auch im Bereich Technik. Die Roboter AG engagiert sich hier besonders, auch ab der fünften Klasse. Und ein Angebot, das ich besonders attraktiv finde, die Modelleisenbahn AG verbindet nämlich Schülerinnen und Schüler aus der fünften Klasse bis in die Oberstufe. Also auch Schüler, die kurz vor dem Abitur stehen, nehmen hier noch teil. In unserer eigenen Werkstatt können die Kinder hier selber basteln, löten, schrauben. Und so sind schon einige ganz tolle Modelle und Elemente in unserer Modelleisenbahnanlage entstanden. Die Schülerinnen und Schüler am Ratsgymnasium engagieren sich aber eben nicht nur im Unterricht, in AGs, Arbeitsgemeinschaften und anderen fachbezogenen Dingen, sondern auch in unserer Schülervertretung. Wir haben eine sehr engagierte Schülervertretung, die es erreicht hat, dass wir jetzt auch am Projekt Schule und Rassismus, Schule mit Courage teilnehmen. Und ohne unsere engagierte Schülervertretung wäre unsere Schule heute nicht das, was sie ist. Das betrifft die Dinge, die sich vor allem in der Schule und um die Schule herum abspielen. Aber wir verlassen mit ihren Kindern auch oft das Schulgebäude, begeben uns an außerschulische Lernorte. Doch dazu kann Ihnen Frau Rone-Sichau einiges mehr erzählen. Ja, einer der Höhepunkte der Erprobungsstufe ist mit Sicherheit die Fahrt nach Norderney. Die gesamte Stufe wird dort eine Woche lang ein wenig lernen, arbeiten, Sport treiben, den Strand erkunden, aber auch biologische Aspekte des Wattenmeers nochmal aufnehmen, die wir vorher auch im Unterricht vorbereiten. Auch für uns Lehrer ist das immer eine willkommene Abwechslung und wir lernen ihre Kinder einmal von einer ganz anderen Seite kennen. Und Qualitäten, die vielleicht im Unterricht überhaupt nicht erkennbar sind, lernen wir hier zu schätzen und können wir auch nachher viel besser wieder aufnehmen. Eine weitere Fachexkursion ist die Exkursion ins Lübcke Museum nach Hamm. Dort beschäftigen wir uns mit den alten Ägyptern. Außerdem nutzen wir diese Fahrt auch, um einen sportlichen Teil noch mit heranzubringen. Und zwar fahren wir Eislaufen. Eine weitere Exkursion ist unsere Wasserski-Exkursion, die in der 7. Klasse stattfindet. Und es ist immer ein großes Hallo, wenn nicht nur die Schüler, sondern auch wir Lehrer mehr oder weniger gekonnt unsere Runden drehen. Jetzt haben Sie einige Aspekte der Erprobungsstufe kennengelernt. Zusammenfassend wird Frau Dr. Theos jetzt noch ein paar Worte dazu sagen. Ja, in der Erprobungsstufe ist es uns wichtig, dass die Kinder Zeit haben sich einzugewöhnen und wir jedes Kind individuell in den Blick nehmen können, um es entsprechend zu fördern. Dabei haben wir unterschiedliche Angebote. Zum Beispiel haben wir das Angebot einer Sprachförderung für Kinder, die noch nicht so sicher in der Muttersprache unterwegs sind. Oder aber wir haben zusätzliche Arbeitsstunden, um individuelle Unterschiede in Mathematik, Englisch oder in Deutsch auszugleichen. Manchmal gibt es auch außerhalb des Unterrichts Probleme und kleine Schwierigkeiten, die gelöst werden müssen. Dafür stehen unsere Beratungslehrer oder aber auch der Schulsozialarbeiter zur Verfügung. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit, vielen Dank für Ihr Interesse am Ratsgymnasium. Wir haben Sie ja erst einmal mitgenommen in unserem Film auf einen kurzen Rundgang, eine kurze Informationsreise durch unsere Schule und haben versucht, Ihnen unsere Schule schon einmal ein wenig näher zu bringen. Wollen das jetzt aber gerne hier in unserer Gesprächsrunde und vor allem in unserem Chat auch noch weiter tun und auf Ihre Fragen eingehen und antworten. Ja, wir haben ja auch schon gleich die erste Frage, also erstmal ein Hallo auch von mir an Frau Terhorst. Wer betreut mein Kind im offenen Ganztag? Das ist die erste Frage, die hier im Chat gestellt wird. Ja, der offene Ganztag wird bei uns betreut durch eine pädagogische Fachkraft von der Fahre und einer Kollegin hier aus dem Haus. Und dann kommen hinzu drei bis vier Tutoren aus der Jagenstufe 9, die die Kinder mitbetreuen in der Mittagszeit. Die Kinder treffen sich gegen 14 Uhr hier nach dem Mittagessen. Die gesamte Gruppe wird dann aufgeteilt in Kleingruppen. Wir nutzen unterschiedliche Räume, einmal die Räume hier unten oder auch oben im Selbstlernzentrum. Und die Kinder arbeiten dort in Kleingruppen und können dann die Tutoren oder die Lehrkraft oder die pädagogische Kraft der Fahre fragen, um die Hausaufgaben zu machen und zu lösen. Das ist keine direkte Überprüfung dann der Hausaufgabe, aber es wird darauf geachtet, dass die Kinder ihre Hausaufgaben vollständig machen. Und bei Rückfragen steht immer jemand zur Verfügung, um zu klären, was zu tun ist. Ja, vielen Dank. Wie flexibel ist denn dieser Ganztag? Der Ganztag ist sehr flexibel. Sie können die Zeiten sehr unterschiedlich buchen, so wie es in ihren täglichen Alltag passt. Also wir haben ein Angebot von Montags bis Donnerstags. Die Kinder können nach der 6. Stunde um 13.15 Uhr hier in die Mensa gehen und dann entweder von 14 bis 15 Uhr hier die Zeit im Ganztag verbringen oder sogar länger bleiben bis 16 Uhr. Hausaufgaben machen die Kinder regelmäßig, dann von 14 Uhr bis mindestens 14.30 Uhr. Wenn manchmal keine Aufgaben mehr zu machen sind und sie schon fertig sind, können sie dann Vokabeln lernen. Wir haben hier Materialien liegen und sie werden dann angehalten, bis 15 Uhr möglichst konzentriert zu arbeiten. Und nach 15 Uhr können sie die Zeit nutzen, um dann zu spielen und sich hier vielleicht auch auszutoben. Ja, vielen Dank, Frau Terhorst. Ich glaube, es geht schon weiter mit der nächsten Frage. Ja, auch von mir erstmal ein Hallo und kein Wunder, dass diese Frage hier auch direkt zu Beginn aus dem Chat kommt. An Sie, Herr Zorweme, die Frage, kann mein Kind auch ohne Gymnasialempfehlung am Ratsgymnasium erfolgreich lernen? Eine Frage, die sicherlich viele Eltern da draußen interessiert. Die erste und die einfache Antwort ist ja. Die Empfehlungen der Grundschulen haben für uns einen hohen Stellenwert. Wir lesen und beachten auch sehr genau das, was die Grundschulen empfehlen. Und gleichzeitig sind es eben Empfehlungen. Und wir machen die Erfahrung, dass eben Kinder mit einer uneingeschränkten Gymnasialempfehlung, aber eben auch Kinder mit einer eingeschränkten Gymnasialempfehlung hier sehr erfolgreich lernen und arbeiten können. Und dass oft auch Kinder mit einer Realschulempfehlung hier am Ratsgymnasium erfolgreich klarkommen. Und wir bemühen uns ja auch sehr, dass wir die Kinder am Anfang der 5. Klasse da abholen, wo sie stehen, dass wir genau darauf gucken, was bringen die Kinder aus der Grundschule mit. Dass wir uns in den ersten Wochen viel Zeit nehmen, dass die Kinder hier in Ruhe ankommen können. Dass auch Unterschiede, die es aus der Grundschule gibt, aufgefangen, ausgeglichen werden. Und die Kinder auch erstmal viele Phasen haben, in denen Dinge wiederholt werden, die in der Grundschule schon mal Thema gewesen sind. Das führt auch dazu, dass die Schülerinnen und Schüler hier in Klasse 5 eben einen sehr sanften Einstieg haben. Und auch, so mein Eindruck, ich habe gerade auch eine 5. Klasse in Deutsch, mit denen funktioniert das auch super, dass sie viele Erfolgserlebnisse haben, weil sie merken, wir haben schon eine ganze Menge gelernt. Denn die bringen hier aus den Grundschulen ja sehr, sehr viele Kenntnisse schon mit und wissen und können eine ganze Menge. Das nehmen wir auf und arbeiten dann damit mit den Kindern auch weiter. Sodass man also erstmal sagen kann, ja, die Kinder können hier mit ganz unterschiedlichen Empfehlungen auch erfolgreich arbeiten. Und wenn sie da Fragen haben, unsicher sind, fragen sie uns. Denn wir haben ja nun über Jahre auch Erfahrung aufgebaut damit. Und wir beraten sie gerne, besprechen gerne mit ihnen, vereinbaren sie einfach auch einen Gesprächstermin mit Frau Theos oder mit mir. Und wir nehmen uns dann Zeit, um mit ihnen auch über die Situation ihres ganz individuellen Kindes zu sprechen. Denn das ist uns eben immer wichtig, dass wir auf das einzelne Kind gucken. Was sind die Besonderheiten des einzelnen Kindes? Was braucht das einzelne Kind? Und wie kann es uns gelingen, dass wir eben die Kinder, die bei uns ankommen, auch möglichst gut aufnehmen und fördern? Ganz herzlichen Dank. Wir haben uns entschieden, die Fragen aus dem Chat ungefiltert und strukturiert hier auch direkt aufzugreifen. Insofern werden wir sicherlich den Abend über hin und her springen. Direkt im Anschluss eine Frage. Ist der Religionsunterricht am Ratsgymnasium für die Schüler Pflicht? Jein, kann man ja sagen. Ja, also Religion ist erstmal ein Pflichtfach in dem Sinne, dass der Religionsunterricht zur Stundentafel dazugehört. Das heißt, er steht fest mit im Stundenplan drin für die Schülerinnen und Schüler, auch schon ab Klasse 5. Allerdings müssen die Kinder nicht am Religionsunterricht teilnehmen. Das heißt, die Eltern dürfen in Klasse 5, 6, 7 entscheiden, ob ihr Kind am Religionsunterricht teilnimmt. Die Kinder, die nicht am Religionsunterricht teilnehmen, bekommen dann bei uns ein Ersatzangebot, das dann in Abstimmung auch mit den Eltern unterschiedlich gestaltet sein kann. Das besprechen wir auch in Ruhe mit ihnen bei der Anmeldung. Dann dürfen sie entscheiden, ob ihr Kind am Religionsunterricht teilnimmt oder ob es nicht teilnimmt und welche Art von Ersatzangebot dann da möglich ist. Aber im Grundsatz ist es so, dass Fach Religionslehre steht auch in der Stundentafel und ist mit in der Zahl der verpflichtenden Stunden auch für die fünfte Klasse enthalten. Es ist aber nicht in dem Sinne verpflichtend, dass Kinder am Religionsunterricht teilnehmen müssen. Aber in dieser Zeit findet auf jeden Fall auch ein schulisches Angebot statt. Danke. Ja, hier kommt die nächste Frage. Werden die Angebote Chor-, Orchester-, Theatergehe und so weiter am Nachmittag während des offenen Ganztags angeboten? Ja, die Angebote sind da. Die können meistens im Anschluss an den offenen Ganztag besucht werden. Die liegen oft in parallelen Zeiten. Also wenn die Kinder bis drei Uhr hier im offenen Ganztag waren, können sie anschließend dann auch an einer AG teilnehmen. Und die fängt dann um 15 Uhr an oder um 15.30 Uhr, sodass sie die Zeit dann passend hier überbrücken können, um dann die Angebote zu nutzen. Ja. Also es ist nicht so, dass die Angebote wie Chor und Orchester an den Ganztag gebunden sind. Also auch Kinder, die nicht an der Ganztagsbetreuung teilnehmen dürfen oder können dann diese AGs wahrnehmen. Genau, so ist es. Also es ist ein ganz offenes Angebot für alle Kinder hier an der Schule. Das sind Kinder kommen dann dahin, die auch vielleicht mittags nach Hause gegangen sind oder eben auch die Kinder, die über Mittag hier geblieben sind. Und die treffen sich dann gemeinsam wieder dann beim Chor oder beim Schwimmen oder bei der Roboter AG oder der Rats AG, bei der Rats Eisenbahn AG. Vielen Dank. Von den AGs zu den Sprachen. Herr Zeweme, welche Sprachen kann mein Kind am Ratsgymnasium lernen? Ja, in Klasse 5 lernen natürlich alle Kinder hier auch Englisch. Dann nehmen wir das auf, was die Kinder aus der Grundschule mitbringen, denn die haben dort ja auch schon intensive Erfahrungen im Fach Englisch machen können. Und lernen in Klasse 5 und 6 erstmal als Fremdsprache nur Englisch. Ab Klasse 7 wird dann die zweite Fremdsprache belegt. Das ist bei uns entweder Französisch oder Lateinisch. Die Kinder können sich entscheiden. Die Klassen werden nicht neu zusammengesetzt am Ende der 6, sondern es werden dann Sprachgruppen gebildet, klassenübergreifend. Das ist ja so eine Grundsatzentscheidung, die wir uns mal überlegt haben, weil wir sagen, wir investieren sehr viel in Klasse 5 und 6 in die Klassenbildung. Dass die Klasse als Team, als Klassengemeinschaft funktioniert. Und das lösen wir dann nicht ohne Not am Ende der 6 wieder auf, sondern die Klassen funktionieren dann gut als Team, arbeiten gut zusammen und werden dann eben nur in den Sprachen getrennt. Also Klasse 7 ist es dann Französisch oder Latein. Ab Klasse 9 kann man im Wahlpflichtbereich als dritte Fremdsprache Spanisch dazu wählen, wenn man das möchte. Muss man nicht, kann man aber. Und in der Oberstufe wäre dann nochmal die Möglichkeit, Spanisch neu einsetzen zu wählen. Also man kann unterschiedliche sprachliche Profile hier bilden. Man kann auch nur mit zwei Fremdsprachen weiter lernen. Man kann aber auch die dritte Fremdsprache lernen. Und im Moment ist es auch so, dass wir in der Fortführung der Fremdsprache in der Oberstufe auch immer noch ein gutes Angebot hinbekommen, dass wir sogar Spanisch und Französisch auch in der Oberstufe dann weiter anbieten können. Im Lateinisch dann eben bis zum Latinum in der Regel, sodass wir auch ein relativ breites Angebot haben. Aber man kann sich verlassen auf Französisch, Latein und dann auch noch Spanisch später einsetzend. Herzlichen Dank. Bekommen die Kinder Hilfestellung in der Betreuung bei den Hausaufgaben? Lautet die nächste Frage im Chat. Ja, Hilfestellung bekommen sie auf jeden Fall. Aber die Aufgaben müssen sie auch alleine lösen. Das ist dann so beides. Also man kann fragen, was habe ich nicht verstanden? Und dann wird das versucht zu erklären. Und dann lösen sie die Aufgaben so gut es eben dann in dem Moment geht. Vielleicht kann man da noch dazu sagen, dass ja ein Vorteil ist, dass wir die Schülertutoren haben. Also Schülerinnen und Schüler aus der Jagenstufe 9 im Moment. Und oftmals können die älteren Schülerinnen und Schüler sogar besser nachvollziehen, wo die Probleme liegen, weil die selber aus dieser Schulsituation ja kommen und sehr schnell oft auch wissen, an welcher Stelle hängt es eigentlich. Oftmals sind es ja nur kleinere Probleme, wo man schnell einhelfen kann. Und da haben unsere älteren Schülerinnen und Schüler einen guten Blick für. Und können insofern auch gut helfen, sodass also die Fünfer und Sechser sind nicht alleingelassen in den Hausaufgaben. Und gerade, glaube ich, die Hilfe durch ältere Schülerinnen und Schüler ist da wichtig. Außerdem ist immer auch eine Lehrkraft dabei, die dann auch mal aus Lehrersicht, Lehrerinnensicht helfen kann. Das ist aber nicht unbedingt immer das Fach. Das ist nicht unbedingt immer die Mathe- oder Englischlehrerin, sondern das ist halt eine Lehrkraft, die dann mit dabei ist. Die kann aber auch zum Beispiel Kontakt zu den anderen Lehrkräften sonst nochmal herstellen. Und vielleicht kann man noch sagen, dass ein wichtiges Instrument, das wir jetzt in den letzten Jahren geschaffen haben, der Schulplaner ist. Die neuen Fünfer bekommen hier alle am Anfang des Schuljahres mit der Einschulung vom Förderverein unseren Schulplaner. Ein erweitertes Hausaufgabenheft mit vielen anderen Funktionen, aber auch noch. Das dient der Kommunikation zwischen Schule und Elternhaus, aber vor allem auch dem Eintragen der Hausaufgaben, sodass dann auch die Schülertutoren am Nachmittag nachgucken können im Schulplaner, was steht eigentlich an Hausaufgaben. Sodass man auch helfen kann, wenn Kinder manchmal sagen, ich weiß nicht mehr genau, was eigentlich auf ist. Dann gucken wir zusammen in den Schulplaner. Ja, das einerseits. Und es sind ja auch viele Kinder. Gemeinsam kommen sie aus den Klassen zur Hausaufgabenbetreuung und die können sich dann auch gegenseitig helfen und auch mal erklären, was gemacht werden muss und sich gegenseitig unterstützen. Sie arbeiten ja auch immer im Team dann da oben zusammen. Die Gruppen, die aus dem gemeinsamen Klassenverband kommen, machen die Hausaufgaben ja auch gemeinsam und können sich auch so unterstützen. Insofern ist das, glaube ich, eine ganz gute Möglichkeit, gründlich die Hausaufgaben zu erledigen. Ja, vielen Dank. Dann geht es weiter mit der nächsten Frage wieder an Herrn Zubemel. Genau. Wie viele Kinder sind im Schnitt in einer Klasse, in einer Jahrgangsstufe, wird aus dem Chat gefragt. Also Erfahrungswerte der letzten Jahre, muss man ja sagen, es hängt immer von der Zahl der Anmeldungen ab und wie viele Klassen wir bilden können. Wir werden als drei- bis vierzügige Schule geführt und von den Zahlen der Kinder in den Grundschulen ist es auch so, dass die Klassenzahl ist, die zu erwarten ist, dass wir entweder immer drei oder vier Klassen bilden werden. Und im Moment liegt der Schnitt so bei 27, 28 ungefähr. In der fünften Klasse haben wir jetzt 28 bis 29. Da hat es nochmal Zugänge gegeben, auch im Laufe des Schuljahres. Ansonsten haben wir in anderen Jahrgängen auch mal Klassen ungefähr mit 26, 27. Das sind aber so die Größenordnungen, die wir hier in der Regel immer haben. Also 26 bis 28 mal 29. Genau. Eine speziellere Frage, aber eine sehr wichtige Frage, nämlich zum Mittagessen. Ist das Mittagessen auch kostenlos oder nur der offene Ganztag? Vielleicht beantragen wir die Frage zunächst, denn da sind mehrere Fragen in einer. Ja, das ist vom System her einerseits ähnlich, wie Sie es aus der Grundschule kennen und dann auch wieder anders. Also Mittagessen läuft hier in Reda-Wiedenbrück an allen weiterführenden Schulen über denselben Caterer. Das ist Kultina aus Gütersloh und das Essen ist kostenpflichtig. Man kann ein Abo buchen für das eigene Kind und bucht dann eine Anzahl von Wochentagen, an denen das Kind in der Woche hier essen soll. Das heißt, man muss sich nicht auf konkrete Tage festlegen. Man muss nicht sagen, Montag und Mittwoch ist mein Kind hier in der Schule, sondern man kann nur sagen, ich buche zwei, drei oder vier Tage oder auch nur einen Tag in der Woche. Und dann kann das Kind entscheiden, an welchem dieser Tage es hier in die Mensa geht und hier isst. Das Ganze wird als Abo dann über Kultina geführt. Man bucht das Abo dort, bekommt einen Chip, über den das Ganze abgerechnet wird und zahlt auf ein entsprechendes Konto Geld ein. Dann wird das Guthaben von Kultina auf den Chip gebucht und das Kind geht mit dem Chip in die Mensa. Und das wird quasi kontaktlos bezahlt, das Essen, je nachdem, was für ein Abo man auch gebucht hat. Das ist so die Handhabung beim Essen, wobei es auch so ist, dass wir die Fünfer beim Essen ja noch begleiten. Die gehen also nicht ganz alleine dahin, sondern es ist auch schon Betreuung beim Essen da. In den ersten Tagen begleiten wir sie auch auf dem Weg zur Mensa. Danach, spätestens nach zwei Wochen, stellen wir fest, die wollen dann auch schon alleine bis zur Mensa laufen. Das ist auch okay, aber in der Mensa sind sie auch begleitet und betreut. Zum Teil gehen auch die Schülertutoren schon mit zum Essen, sodass auch der Kontakt zwischen den älteren Schülern, Schülerinnen und Schülern und den Fünfern schon hergestellt ist. Ansonsten, vom Mittagessen abgesehen, ist der Ganztagsbetrieb hier kostenfrei. Wir finanzieren das dadurch, dass wir, wie man das in der Fachsprache nennt, einen Anteil an der Lehrerstelle kapitalisiert haben. Das heißt, das Land stellt uns, eigentlich der Stadt Räder Wiedenbrück, dafür Geld zur Verfügung. Und über dieses Geld wird dann die pädagogische Ganztagsbetreuung finanziert. Sodass Sie als Eltern das nichts kostet, sondern lediglich das Mittagessen muss über dieses Abo finanziert werden. Die Frage zum Mittagessen wird noch etwas spezieller. Denn ob das Mittagessen frisch zubereitet wird und darüber hinaus noch, welches Modell denn dort angeboten wird? Cook and Freeze or Cook and Chill? Der Fachmann in Ihnen ist hier gefragt. Ich gestehe, das frage ich gerne nochmal nach. Also es ist so, dass, wie das bei einem großen Caterer ist, die nutzen so ein Mischmodell. Das heißt, manche Sachen werden frisch vor Ort gemacht und andere werden natürlich als Convenience auch hier bereitgestellt. Weil ansonsten in der Größenordnung, wie Coutina das macht, das nicht anders zu bewerkstelligen ist, beziehungsweise auch nicht für den Preis zu bewerkstelligen ist. Das ist im Moment so. Es ist also eine Mischung aus frisch zubereiteten Dingen und Convenience Food. Aber die Bemühung ist schon, es gibt auch immer frische Dinge. Es gibt zum Beispiel immer Salat auch dazu und die Kinder können auch dann zwischen verschiedenen Dingen wählen. Man versucht also ein Angebot zu schaffen, das einerseits von den Nutzern auch akzeptiert wird und gegessen wird. Und gleichzeitig aber eben auch Ansprüchen an gesunde Ernährung, so weiter es geht, gerecht wird. Aber es gibt immer Gemüse, es gibt immer frische Anteile, es gibt auch Salat. Und es gibt gleichzeitig auch andere Dinge, die dann auf eine gewisse Akzeptanz finden. Das ist interessanterweise ja auch eine Frage, mit der wir uns auch schon seit einiger Zeit beschäftigen und die auch hier in Reda-Biedenbrück ja schon öfter Thema gewesen ist, weil da auch wieder die Situation an allen Schulen gleich ist. Es ist derselbe Caterer, der das Angebot auf dieselbe Art und Weise herstellt, das in einer gewissen Größenordnung tut und es auch Überlegungen gibt, ob man hier vor Ort nicht da noch das Ganze weiterentwickeln kann. Das ist so politisch gesehen im Moment im Schwange, ist aber tatsächlich eine Entwicklungsaufgabe für die Zukunft. Da sind wir mal gespannt, wie es weitergeht. Ich kann dazu auch gleich sagen, es gibt ja auch noch ein Kioskangebot hier, zumindest im RG1 im Moment. Auch da sind wir dabei, das weiter zu bearbeiten. Das ist eine Aufgabe, die sich Frau Rolle-Siechauer vor allem vorgenommen hat, weil auch da immer der Konflikt besteht zwischen was kaufen die Kinder und was möchten wir, dass sie kaufen. Und da muss man irgendwie Gleichgewicht finden. Und gleichzeitig ist ein Caterer, der macht das, der muss da betriebswirtschaftlich rechnen. Das muss sich irgendwie auch lohnen. Und wir versuchen einen gesunden Weg zu finden, der beide Interessen miteinander vereint, dann auf Dauer. Weiter geht's auch wieder mit dem RG2, wo wir das gerade schon angesprochen haben. Findet in den Jahrgängen 5 und 6 der Unterricht ausschließlich im Ratsgymnasium 2 statt? Oder wird der Fachunterricht wie zum Beispiel Sport auch am RG1 unterrichtet? Ja, der Fachunterricht findet vollständig am RG2 statt. Wir sind da sehr autark und autonom. Wir haben tolle Räume, Naturwissenschaftenraum, Kunstraum, Musikraum, die Sporthalle. Also die Kinder bleiben den ganzen Vormittag über am Ratsgymnasium 2 und fühlen sich da einfach pudelwohl. Das ist einfach klasse, den tollen Garten zu nutzen, die Spielflächen draußen zu nutzen und die Pausen dort zu gestalten. Also das ist richtig schön und die Kinder fühlen sich dort wohl. Und dann gehen sie mittags rüber und genießen eigentlich auch den Weg durchs Landesgartenschau-Gelände, über die Brücke, die Ems und kommen hier an und dann legen sie erstmal ihre Sachen ab, wie wenn sie zu Hause ankommen würden und gehen dann in die Mensa und dann sozieren sie dich. Und dann geht's dann weiter hier in der Hausaufgabenbetreuung. Und die anderen fahren halt nach Hause, je nachdem, wie das gerade eingerichtet worden ist. Okay, also eigentlich quasi eine kleine Schule für die jüngeren Schülerinnen und Schüler in unserer großen Schule. Ja, die fühlen sich da sehr, sehr wohl. Auch die Kinder, die in unterschiedlichen Klassen sind, kennen sich von der Grundschule. Das durchmischt sich dann auf den Schulhöfen. Das ist richtig klasse. Man trifft da seine Freunde wieder. Das ist schön. Und wir versuchen natürlich auch den Kontakt herzustellen zwischen dem Ratsgymnasium 2, also da im Unterstufenhaus und dem Ratsgymnasium 1. Wir haben Paten, Streitschlichter aus der Jagenstupe 8. Das sind Kinder, die in Kontakt gehen, in den Pausen da sind, manchmal mitspielen oder eben auch tatsächlich Streitschlichten. Oder letztens hatten wir die Aktion, dass die Paten unserer Klasse, die wir jetzt gerade haben, zu uns gekommen sind und im Kunstunterricht mit denen zum Beispiel für Weihnachten was gebastelt haben und vorbereitet haben. Das war eine tolle Sache und so entsteht dann einfach Kontakt auch zwischen den Großen und Kleinen. Nicht nur über dieses Streitschlichter-Projekt, sondern auch durch die Tutoren. Es gibt immer Verbindungen, wo dann wieder eine Verknüpfung hergestellt wird dann auch zu den Eltern. Ja, vielen Dank Eva. Gleich die nächste Frage auch an dich. Bleiben die Kinder im Klassenverbund der Grundschule zusammen, falls es gewünscht wird? Du hast es im Prinzip gerade schon angedeutet, aber dass wir das vielleicht nochmal konkretisieren. Ja, die Kinder melden, also sie melden ihre Kinder hier an. Die Kinder dürfen immer einen Wunsch äußern, einen Freund oder eine Freundin nennen, mit der oder mit dem sie gerne zusammen in eine Klasse möchten. Der wird in der Regel erfüllt, dieser Wunsch. Kinder aus anderen Klassen kommen dann dazu. Sie kennen aber auch meistens Kinder, die dann auch mit in der eigenen Klassen waren. Es ist also eine breite Mischung. Es gibt ein breites Auswahlkriterium, wie man die Klassen zusammensetzt. Grundschulen spielen eine Rolle, Ortsnähe spielt eine Rolle, Anzahl von Jungen und Mädchen spielt eine Rolle. Und wichtig ist natürlich, dass man sich wohlfühlt und jemanden kennt. Und dann gucke ich darauf, dass dann ein Mädchen oder ein Junge dabei ist, den man wirklich als Freund gerne mit in der Klasse hätte. Und in den Pausen treffen die sich ja auch wieder dann. Das ist einfach toll, wenn das Gebäude eben so überschaulappbar ist, trifft man auch die Freunde, die vielleicht in der Parallelklasse runtergekommen sind. Gut. Also der beste Freund, die beste Freundin. Genau. Die ist gesichert. Ja. Gut. Alles klar. Dankeschön. Dann mache ich weiter mit einer spannenden Frage, wie alle anderen natürlich auch. Die Frage nach der digitalen Infrastruktur am Ratsgymnasium. Herr Zeweme. Wie sieht das bei uns aus? Was erwartet die Kinder, wenn sie zu uns an die Schule kommen? Ja. Spannende Frage. Auch da hat sich hier für uns ja in den letzten zwei Jahren viel verändert in der Geschwindigkeit, die wir so nicht vorher gesehen haben. Aber insgesamt mit einem Ergebnis, mit dem wir wirklich gut arbeiten können. Also in den Klassenräumen. Die Ausstellung der Klassenräume ist am RG1 und am RG2 gleich. Das heißt, in allen Klassenräumen erstmal sind Beamer vorhanden und der Kontakt zu den Beamern folgt kabellos über Apple TV, sodass man also die Geräte auch entsprechend ansteuern kann. Das geht fast automatisch und ist sehr benutzerfreundlich, sodass das sehr schnell geht. Die Lehrkräfte hier haben alle Dienstgeräte, mit denen sie vom Schulträger ausgestattet worden sind. Und für die Kinder haben wir, das ist nach Jahrgangsstufen unterschiedlich. In den unteren Jahrgangsstufen haben wir iPad-Koffer, Tablet-Koffer, mit denen dann im Unterricht nach Bedarf gearbeitet werden kann. In den oberen Jahrgangsstufen, jetzt im Moment, in der 10. und 11. Jahrgangsstufe ist es so, dass alle Schülerinnen und Schüler dieser Jahrgangsstufen ein Leihgerät bekommen haben, mit dem sie dann auch im Unterricht arbeiten können. Das soll perspektivisch in den nächsten Monaten bis Jahren dann auch für die unteren Jahrgangsstufen so erfolgen. In der 5 und 6 ist es aber so, dass die Kinder jetzt erstmal auch mit Tablet-Koffern arbeiten. Es gibt aber auf beiden Fluren dann im RG2 auch Tablet-Koffer, die können eingesetzt werden im Unterricht. Und großer Vorteil hier für uns ist auch, wir arbeiten intern hier mit einer Lernplattform, die viele von Ihnen schon kennen werden. Das ist iSurf, denn das ist ja das Modell, für das sich die Stadt Räder Wiedenbrück ja entschieden hat, mit dem die Schulen arbeiten. Und an den Grundschulen hier ist das auch eingeführt worden. Und wir merken jetzt auch in der aktuellen 5, dass das an den Grundschulen auch schon genutzt wurde im letzten Jahr, sodass die Kinder da auch schon mit Kenntnissen kommen. Und der große Vorteil ist, sie treffen hier also auf eine Lernplattform und Kommunikationsplattform, die wir intern benutzen, die Ihnen schon bekannt ist. Die muss nicht mehr neu eingeführt werden. Und ich bin immer wieder erstaunt, wie schnell und wie gut die Kinder sich da hineinfinden. Das heißt, die Einführung, die wir dann auch wieder machen in iSurf, ist aber jetzt schon wieder anders und hat andere Schwerpunkte, ist kürzer geworden als die, die wir im letzten Jahr gemacht haben, weil eben viele Kinder das aus der Grundschule schon kennen und gewohnt sind, wie funktioniert iSurf. Großer Vorteil ist die schnelle Kontaktaufnahme. Man kann ja jede Person in der Schule anschreiben darüber, über diese interne E-Mail. Das ist ein Intranet. Man kann also nicht nach außen schreiben, aber intern kann ich jede Person anschreiben. Und das ist eine ganz tolle Geschichte, weil zum Beispiel auch Schülerinnen und Schüler mich ganz schnell anschreiben können. Da sinken auch Hemmschwellen und die Kinder schreiben mir also Dinge, auch Vorschläge, die sie haben. Dinge, die aus ihrer Sicht so jetzt in meinen Bereich gehören, um die ich mich kümmern sollte. Und was also nicht mehr zu den Klassenlehrern gehört. Wenn es zu den Klassenlehrern gehören würde, dann gebe ich das erstmal zurück an die Klassenleitungen. Aber ansonsten ist eben der Kontakt sehr eng und auch was unterrichtliche Fragen betrifft, kann man einen schnellen Austausch dabei führen. Aber insofern, digitale Infrastruktur heißt Kommunikations- und Lernplattform iServe, Tabletkoffer in höheren Jahrgängen dann 1 zu 1 Ausstattung auch mit Tablets. Und vielleicht muss man noch sagen, wie arbeiten wir dann mit digitalen, wie arbeiten wir mit diesen digitalen Medien? Das ist auch unterschiedlich nach Jahrgangsstufe. Wir bauen das auch von unten auf. Und ich gestehe, mir liegt auch viel daran, dass wir in Klasse 5 und 6 nicht nur digital arbeiten. Das halte ich persönlich für wichtig. Es wird auch da in der 5 und 6 noch viel mit der Hand geschrieben. Das hat aus meiner Sicht auch lernpsychologisch eine ganze Menge für sich, sodass wir auch das aufbauen. Je weiter die Schüler nach oben kommen, umso stärker entscheiden sie auch selber, wie sie das machen. Ich bin immer wieder staunt in der Oberstufe, wie selbstständig und wie ordentlich die dann auch mit Angeboten wie GoodNotes zum Beispiel arbeiten. Da bin ich immer tatsächlich beeindruckt, aber wir bauen das auf von unten. Uns liegt auch viel daran, dass wir bei den jüngeren Schülerinnen und Schülern erstens langsam anfangen und eben auch im positiven Sinne ganz traditionell arbeiten. Von der Hand in den Kopf ist ja ein Prinzip, dass die Kinder aus den Grundschulen kennen, dass auch beim Schreiben lernen eine große Rolle spielt und dass wir auch erstmal weiterführen. Ja, Sie kennen vielleicht die Frage kennen wir alle. Muss ich das Tafelbild noch abschreiben? Kann ich nicht einfach ein Foto davon machen? Hat vordergründig was für sich, aber das Abschreiben und das Konzentrieren auf eine Sache hat ja auch eine ganze Menge für sich. Und das sind Dinge, die wir auch noch weiter üben und die man auch üben muss. Die sind halt nicht automatisch da. Man kann sich nicht automatisch einfach konzentrieren. Das ist so eine Botschaft, die uns auch immer wichtig ist beim Übergang in die weiterführende Schule oder hier jetzt ins Gymnasium. Die Kinder, die hier ankommen, sind Kinder. Die kommen hier mit neun oder zehn oder elf Jahren an. Und das sind Kinder, die in die Schule gehen, weil wir mit ihnen eine ganze Menge erarbeiten wollen, lernen wollen. Und wir erwarten nicht, dass die irgendwie fertig sind. Das sind manchmal Sorgen, die wir hören so beim Übergang. Mein Kind kann dies noch nicht oder kann das noch nicht. Deshalb geht es ja in die Schule und kommt zu uns, damit wir gemeinsam daran arbeiten können. Ich greife das Stichwort Ankommen auf, denn in der nächsten Frage geht es um Schulbusse. Fahren die Schulbusse direkt nach Schulschluss oder gibt es Wartezeiten? Wie sieht das hier bei uns aus? Insgesamt ist der Fahrplan, wenn er so funktioniert, wie er auf dem Papier steht, eigentlich recht gut angepasst an die Schulzeiten. Das heißt, da ist in dem Nahverkehrsplan schon darauf geachtet worden, dass man das an Schulzeiten anpasst und zwar auch so anpasst, dass die Kinder aber auch eine Chance haben, zum Schulbus zu kommen. Denn ein Bus, der so getaktet ist, dass er zwei Minuten nach Unterrichtsschluss sofort abfährt, kann ja überhaupt nicht erreicht werden. Wenn man berücksichtigt, der durchschnittliche Fünfklässler, die durchschnittliche Fünfklässlerin, wie viel Zeit brauchen die Kinder, um überhaupt erstmal so eine Stunde für sich zu beenden, die Sachen einzupacken, dann muss auch immer noch nach Unterrichtsschluss eine ganze Menge besprochen werden unter den Kindern. Das ist auch wichtig so, dass die auch einen Augenblick Zeit haben, Dinge nochmal zu besprechen, sich zu verabreden und was alles so ansteht, sodass also die Abfahrtzeiten so getaktet sind, dass man die Busse erstmal nach der sechsten Stunde gut erreichen kann. Die Busse, die jetzt hier die Ortsteile anfahren, die fahren dann auch in der Regel am RG2 ab. Andere Frage, das ist für alle wichtig, die jetzt aus Langenberg kommen. Auch den Bus nach Langenberg kann man gut erreichen. Der fährt dann vom RG2 gesehen an der Hauptstraße ab. Und auch so, dass man 15 Minuten Zeit hat, um vom RG2 dahin zu kommen. Das heißt, man kann in Ruhe die Sachen packen und dahin gehen. Und ganz wichtig auch, wenn man morgens aus Langenberg kommt, muss man praktisch gar keine Straße überqueren. Wenn man mittags zurückgeht zum Bus, der nach Langenberg fährt, muss man an einer Fußgängerampel über die Straße. Da ist aber eine Ampel, da kommt man sicher rüber. Und das kann man gut vorbereiten. Wir besprechen das mit den Kindern auch nochmal. Man kann das aber auch gut mit ihnen üben und die kriegen das gut hin. Und selbst wenn sie einmal ein bisschen trödeln, kriegen sie den Bus trotzdem noch. Die nächste Frage ist, wie wird mit Mobbing bei uns an der Schule umgegangen? Oh Mann. Es kommt nicht so oft vor, würde ich erst mal sagen. Da muss man auch ganz vorsichtig sein mit dem Begriff Mobbing. Also es gibt natürlich übliche Streitereien und kleine Konflikte zwischen den Kindern, die aber noch lange kein Mobbing sind, sondern die kleinen Streitereien und Konflikte, die lösen wir intern. Entweder mit den Streitschlichtern, die ja schon da sind und in den Pausen ansprechbar sind. Wenn es dann manchmal etwas schwieriger wird, dann lösen wir das in Besprechungen in der Klasse. Viele Klassenlehrer sind ja geschult, auch im Umgang in Konfliktsituationen und die zu klären. Und wenn es dann wirklich mal eine Situation gibt, wo man tatsächlich den Begriff Mobbing verwenden kann und das langfristig ein Problem ist, das schon sich über mehrere Zeiten hinzieht, dann haben wir Beratungslehrer und ein gutes Beratungsteam, um das aufzulösen und zu klären. Also wir gehen immer in einen Klärungsprozess rein, zunächst mal auf einer niederschwelligen Ebene mit den Kindern oder den Streitschlichtern. Dann sind wir als Klassenlehrer da, die Fachlehrer sind da, die Beratungslehrer sind da, der Schulsozialarbeiter ist da. Also wir sind da sehr sensibel und gucken gut, dass wir das Problem auflösen können. Gibt es denn auch noch ein Angebot des sozialen Lernens bei uns? Ja, wir haben natürlich auch ein breites Angebot des sozialen Lernens innerhalb des Klassenverbandes. Das ist uns ja besonders wichtig. Wir haben im Stundenplan im Vergleich dazu eine Stunde, die heißt Klassenlehrerstunde. Das sagt es eigentlich nicht, was es inhaltlich bedeutet. In dieser Stunde sind wir als Team, als Klassenlehrerteam da. Klassenlehrerteam heißt, es gibt immer zwei Kollegen, die gemeinsam die Klasse leiten und führen. Und diese Stunde nutzen wir gemeinsam und bereiten die gemeinsam vor. Und der Schwerpunkt liegt dabei, dass wir erst mal darauf gucken, dass die Kinder gut bei uns ankommen, dass wir lernen, dass wir in der Gemeinschaft Regeln beachten, damit wir in der Klasse gut zusammenarbeiten können. Und dann geht es ganz viel darum, ein gutes Team zu entwickeln. Und das machen wir auf spielerische Art und Weise, aber auch durch Angebote, in denen wir reflektieren, wie kann man denn gut zusammenarbeiten. Das ist uns ganz wichtig. Ja, vielen Dank. Sind denn die Kollegen da auch geschult oder ist das einfach nur das Grundwissen aus dem Pädagogikstudio? Also alle Klassenlehrer sind mittlerweile, oder fast alle, ich glaube, mittlerweile auch doch tatsächlich alle Klassenlehrerteams haben an einer Fortbildung teilgenommen, Lions Quest-Forschbildung, die ist entwickelt worden, unter Leitung auch, glaube ich, von Herrn Hurlmann. Und die sind da alle geschult und haben an mehreren Tagen da entsprechende Übungen selber gemacht und erfahren, wie man das am sinnvollsten mit Kindern erarbeitet und fortsetzt. Ja, du hast eben schon angesprochen, dass wir ja Wert darauf legen, dass die Schülerinnen und Schüler hier sehr sanft ankommen und gut ankommen. Wie gestaltet sich denn dementsprechend auch die erste Schulwoche? Vielleicht, dass wir da noch mal kurz drüber sprechen über die Methodentage. Vielleicht kannst du da noch ein bisschen was zu sagen. Ja, genau. Also, ja, das ist natürlich so, die kommen alle erst mal aus verschiedensten Grundschulen hier an. Wir müssen uns hier einfinden und zum Team werden. Wir haben unseren Stundenplan, an dem wir uns erst mal gewöhnen müssen. Dann müssen wir uns darüber verständigen, wie packen wir denn die Tasche, wann mache ich meine Hausaufgaben, wie fülle ich den Schulplaner aus. Der wurde ja vorher schon erwähnt, den wir dringend brauchen, um bei der Hausaufgabenbetreuung dann zu wissen, was ist denn eigentlich dran. Und dann, das erarbeiten wir alles schrittweise mit den Kindern, sodass zunächst mal ja auch ein bisschen Ordnung und Struktur nochmal verglichen wird. Dass man weiß, was brauche ich denn morgens, wie nutze ich das, an was muss ich alles denken. Und dann hoffen wir darüber, dann auch die Eltern einzubeziehen, die die Kinder ja auch noch ein bisschen unterstützen, damit sie hier gut ankommen. Also, das funktioniert ganz gut. Ja, vielen Dank. Ja, eine Frage scheint mehrere Eltern zu interessieren. Worin unterscheiden sich eigentlich die beiden Gymnasien hier vor Ort? Also, was ist der Unterschied, ob ich mein Kind zum Ratsgymnasium oder zum Einstein schicke? Ja, also ich konzentriere mich gleich auf die Unterschiede. Ich sage nur vorab, viele Sachen haben beide Schulen auch gemeinsam. Wenn man so drauf guckt, merkt man, dass es doch sehr viele Dinge gibt, die an beiden Schulen relativ gleich sind. Das kommt aber durch die Schule vom Gymnasium, Fächerangebot und so weiter. Was ist anders? Was ist anders? Ich versuche es eher anders zu fassen nochmal. Was zeichnet uns besonders aus oder was kennzeichnet uns besonders? Die Systeme sind schon unterschiedlich. Bei uns ist es der offene Ganztag. Das ist sicherlich vom Aufbau auch des Schulalltags eine Sache, die anders ist. Einstein Gymnasium hat einen gebundenen Ganztag. Wir haben einen offenen Ganztag. Das hat sich hier für uns auch am Standort Wiedenbrück herausgestellt, dass das hier für unseren Bereich das passendere Angebot ist, weil wir so den Eltern relativ große Flexibilität auch anbieten können. Das heißt, sie haben die Möglichkeit, ihr Kind hier auch im Ganztag betreuen zu lassen. Sie müssen aber nicht. Und haben sie die Entscheidung und wir können auch ihnen sehr flexibel anbieten, das hatte Frau Theos schon mal erwähnt, an welchen Tagen brauchen sie eigentlich Betreuung und wie lange brauchen sie die? Das ist ja auch so eine Sache, die oftmals wichtig ist. Man braucht sie vielleicht gar nicht, diese Betreuung an allen vier Tagen, die wir anbieten, also Montag bis Donnerstag. Manchmal reichen auch zwei Tage. An einem Tag braucht man sie bis drei, am anderen bis vier. Und das können sie bei uns eben auch flexibel festlegen. Wir wünschen uns immer, dass das für ein Halbjahr so festgelegt wird. Wir können immer auch auf besondere Situationen in Familien, aber auch sehr kurzfristig reagieren. Also das ist offener Ganztag gebundener Ganztag sicherlich ein Punkt, der die beiden Schulen unterscheidet. Und ein weiterer Punkt, der uns hier besonders auszeichnet, ist auch schon mal genannt worden, unser Erprobungsstufenhaus. Das ist so, dass wir insgesamt hier vom System her ja eine drei- bis vierzügige Schule sind, die sehr überschaubar und auch sehr familiär von der Atmosphäre ist. Also für mich eben auch so ein großer Vorteil unserer Schule und ein besonderes Kennzeichen unserer Schule. Wir kennen uns hier untereinander alle. Die Chance, dass man sich untereinander kennt, ist also sehr groß. Mindestens vom Sehen. Ich bemühe mich, alle Namen zu lernen. Alle kann ich noch nicht, aber ich bin dabei. Und zumindest vom Sehen kann ich alle Schüler einsortieren, auch in welche Klasse gehören sie. Wir kennen uns, die Kinder kennen nicht nur mich, die kennen auch die Kollegen und Kolleginnen hier an der Schule. Das ist von der Atmosphäre, finde ich, halt sehr positiv, weil es eben das Gefühl gibt, geben soll und auch gibt, glaube ich. Alle werden gesehen, man kümmert sich umeinander. Das führt zurück auch zum Thema, zu dem Frau Theos eben schon mal was sagte, so Streitereien, Konflikte, Mobbing, dass wir auch so feststellen, dass es insgesamt eben auch unter den Schülerinnen und Schülern hier einen sehr fürsorglichen Umgang gibt. Das heißt nicht, die streiten sich auch. Und da gibt es auch Ärger, das gehört auch dazu. Das wäre sonst nicht normal, wenn die sich auch nicht streiten würden. Dann würde ich mich wundern, wenn das nicht passieren würde. Aber es ist insgesamt so, dass ich unsere Schülerinnen und Schüler hier auch als sehr fürsorglich erlebe, die sich sehr um ihre Mitschülerinnen und Mitschüler kümmern, sich Gedanken machen und auch helfen. Und das kennzeichnet uns, glaube ich, auch von der Atmosphäre, dass wir sehr darum bemüht sind, eben diesen sehr wertschätzenden Umgang miteinander und auch diesen fürsorglichen Umgang miteinander zu haben. Das ist hier ein weiteres Merkmal, überschaubares System. Eher familiäre Atmosphäre. Und damit sind wir beim RG2, unserem Erprobungsstufenhaus. Wenn die Kinder hier ankommen, erleben die halt, dass sie erst einmal nicht in einem großen System, Gymnasium mit vielen, auch sehr viel älteren Schülerinnen und Schülern ankommen, sondern in einem erst mal kleinen System, Erprobungsstufenhaus. Da sind nur die Klassen 5 und 6. Das sind, je nachdem, ob die Jahrgänge 3 oder 4 zügig sind, so 6 bis 8 Klassen, die da sind. Die kennen sich dann meistens auch noch aus der Grundschule irgendwie oder kennen andere Kinder aus der Grundschule. Das mischt sich auch auf den Schulhöfen. Wir haben zwei Schulhöfe da im RG2. Einen, wo man sich austoben kann. Da kann man Fußball spielen. Da stehen auch inzwischen kleine Fußballtore. Da kann man Tischtennis, Rundlauf spielen. Alles, was so dazugehört. Und auf der anderen Seite gibt es dann unseren Park, den Schulgarten. Da kann man die, wir nennen das so nett, die Pause unter Bäumen verbringen. Da kann man also unter den Bäumen auch spazieren gehen, kann miteinander quatschen und kann auch, das gehört auch zu der familiären Atmosphäre dazu, mal auf den Baum raufklettern und wird dann von Frau Theos gerettet, wenn man sich nicht mehr runtertraut. Haben wir auch alles gehabt. Das gehört halt mit dazu. Aber es ist halt auch so, es ist nicht anonym, sondern es ist sehr vertraut, familiär. Und die Kinder können sich hier gut aufgehoben fühlen. Und das ist eben in dem kleinen System, dann auch wieder in dem überschaubaren System, dann auch wieder in der kleineren Einheit am RG2 so, dass sich die Kinder gut aufgehoben fühlen können und sich auch gut aufgehoben fühlen. Die fühlen sich wirklich, sie sagten das so pudelwohl am RG2. Das ist sehr schnell ihrs. Die nehmen das für sich sehr schnell so in Besitz und freuen sich dann da, dass das ihr reich ist. Das sind dann ihre Klassenräume. Die Klassenräume behalten sie auch für zwei Jahre und wechseln dann halt als geschlossene Klasse dann zur siebten Klasse hier rüber. Ja, also was kennzeichnet uns? Das sind so zwei, drei Dinge. Ich hoffe, Sie sehen mir das nach. Wir versuchen einen realistischen Blick auf unsere Schule zu haben. Da gibt es auch mal Streit und Konflikt und es gehen Sachen schief. Das gehört zur Schule dazu. Das wäre komisch, wenn das nicht so wäre. Wir versuchen Ihnen auch nicht zu erzählen, dass hier immer alles rund läuft. Wie gesagt, das fände ich merkwürdig, wenn wir sagen würden, hier läuft immer alles glatt und hier gibt es nie irgendwie Probleme. Wichtig ist, das ist vielleicht der nächste Punkt, was kennzeichnet uns. Wir versuchen dann auch sehr konstruktiv und lösungsorientiert mit Problemen umzugehen, die da sind und gemeinsam Lösungen zu finden. Das gute Zeichen für mich ist immer, die meisten Sachen kommen gar nicht bis zu mir, sondern werden vorher gelöst. Das ist ein Dank an Frau Theost als Erprobungsstufenkoordinatorin und an die Klassenleitungen, die dann eben auch hier Dinge frühzeitig lösen. Und dann sind wir nochmal um den Bogen zu schlagen, was kennzeichnet uns auch nochmal bei dem Thema Mobbing. Ich nehme es auch so wahr, dass es wenige Situationen nur gibt, die dann tatsächlich in diesen Bereich wirklich Mobbing fallen. Das liegt auch daran, dass wir tolle Schülerinnen und Schüler hier haben, die sich kümmern und viele Sachen, bevor sie überhaupt zu Mobbing werden können, werden von den Schülern schon wahrgenommen und die kommen dann zum Beispiel zu Frau Theost als Erprobungsstufenkoordinatorin oder eben als Klassenleitung oder auch zu Herrn Büscher als unserem Schulsozialarbeiter. Und sagen, in unserer Klasse läuft was, das stimmt was nicht. Das kann so nicht sein. Da müssen wir irgendwas machen. Das erleben wir ganz oft, dass Kinder mit Aussagen dieser Art kommen. Und dann kann man sehr frühzeitig eingreifen und kann eben gucken, was passiert da gerade, was stimmt nicht. Und die Kinder haben ganz feine Antennen dafür, wenn was nicht stimmt und melden das auch zurück. Und das ist glaube ich auch eine Sache, die uns hier auszeichnet, dieses, wir haben mal versucht, das als Wahlspruch so füreinander und miteinander zu kennzeichnen. Also wir kümmern uns umeinander, wir arbeiten miteinander, wir lösen zusammen Probleme und versuchen den Alltag für alle hier auch wirklich gut zu gestalten. Das wäre eine weitere Sache, die uns kennzeichnet. Damit sind wir bei dem Punkt nochmal, das wollte ich da noch sagen, also Mobbing und Intervention und Prävention. Ja, wir greifen ein, wenn was passiert, greifen sehr schnell ein. Beratungsteam haben wir, dazu gehören drei ausgebildete, ausgebildete Beratungslehrkräfte und auch unser Schulsozialarbeiter, die da sehr schnell auch eingreifen. Wir arbeiten aber halt nicht nur, wenn was passiert ist, sondern wir arbeiten schon im Vorhinein. Wir versuchen auch, durch ein umfangreiches Angebot zu verhindern, dass überhaupt was passiert. Dazu gehören die Klassenleiterstunden, in denen eben soziales Lernen stattfindet. Dazu gehören auch Klassentrainings, die machen wir auch mit der Schulsozialarbeit zusammen. Da sind wir über die Caritas hier in Reda-Biedenbrück ja auch sehr gut aufgestellt, weil wir nicht nur den Schulsozialarbeiter haben, der hier vor Ort für uns da ist, sondern auch ein Team, das dahinter steht und ein breites Angebot zur Verfügung steht, sodass wir unterschiedliche Schwerpunkte bedienen können. Und wir möchten eben eigentlich lieber immer im Vorhinein schon Dinge bearbeiten, sodass sie gar nicht erst passieren. Also Prävention, Vorbeugung ist ein ganz wichtiges Stichwort. Und das tun wir über Klassentrainings, das tun wir über Klassenleiterstunde und das tun wir auch, wenn wir jetzt wieder beim Thema Digitalisierung sind, über unsere Medienscouts. Auch ein tolles Angebot, das wir haben, finde ich, dass wir Schüler haben, die als Medienscouts unterwegs sind, die machen dann Workshops mit den jüngeren Schülerinnen und Schülern. Zu WhatsApp kann ich denen überhaupt nichts erzählen. Das glaubt mir auch keiner, wenn ich dazu was erzähle. Das machen die Schüler, die als Medienscouts ausgebildet sind, viel besser. Und die machen das in Workshops mit den jüngeren Schülern, können auf einer ganz anderen Ebene mit denen sprechen und Dinge bearbeiten. Und insofern ist das auch ein Angebot, das uns auszeichnet, das so stellvertretend steht für viele andere Angebote, die wir haben. Und letzter Punkt, sehen wir das nach, man darf auch von seiner eigenen Schule begeistert sein. Ich erzähle gerne über unsere Schule. Und habe jetzt dazu eine ganze Menge gesagt, genau. Man unterbricht seinen Schulleiter nicht, wenn er redet, aber die Fragen im Chat nehmen zu. Insofern bei den nächsten Antworten bitte etwas kürzer fassen. Dann kommen wir auch noch, und das wollen wir ja, viele Fragen hier rein bei uns. Ich schließe eine direkt an. Gibt es die Alternative noch bei uns zwischen G8 und G9? Ich glaube, da ist die Frage recht. Nein, die Alternative gibt es nicht mehr. Wir haben uns für G9 entschieden, aus guten Gründen, weil wir gesagt haben, es gibt uns Zeit zur Entschleunigung. Wir müssen also nicht jede Geschwindigkeit mitmachen und können Kindern auch mehr Zeit lassen. Und insofern alle Kinder, die hier in der 5 anfangen, sind bei uns im neunjährigen Bildungsgang. Ist eigentlich egal. Hier wird die Frage gestellt, gibt es Kooperationen zum Beispiel mit Unternehmen oder Universitäten? Aber das ist vielleicht doch eher eine Frage wieder für Herrn Zuweme. Einerseits, andererseits. Das ist auch fast eher eine Frage für Frau Rolle-Sichau, weil diese Kooperationen ja auch vielfach über den MINT-Bereich laufen. Da gibt es also Kooperationen mit Unternehmen hier. Das läuft im Kreis Gütersloch hier sehr gut, über das sogenannte ZDI, über das wir auch Kooperationen dann mit Unternehmen haben. Konkreter Ausdruck zum Beispiel ist ja, dass wir jetzt am RG2 dieses Angebot gerade haben, als Pausenspielgerät, Hoppology heißt das, wo man also, das ist so ein bisschen Hüpfekästchen digital, wo man also bestimmte Spiele spielen kann, indem man über auf den Kästchen hüpft. Das ist auch eine Kooperation oder Ergebnis einer Kooperation mit verschiedenen Einrichtungen im Kreis Gütersloch. Steht stellvertretend für vieles andere, was wir in dem Bereich machen. Kooperationen mit Universitäten, einerseits Hochschultage, das ist Münster und Bielefeld. Uni Bielefeld zum Beispiel, was das Teutolab betrifft, gibt es da Kooperationen, auch Studieren ab 15 ist so eine Sache, wo wir mit der Uni Bielefeld in dem Sinne zusammenarbeiten, dass Schülerinnen und Schüler in der Oberstufe an diesem Projekt auch teilnehmen, dann immer so in Absprache mit, wer kann das machen, wer interessiert sich dafür. Wir haben aber in jedem Jahrgang auch immer Schülerinnen und Schüler, die das machen in der Oberstufe. Das sind Beispiele, die stehen stellvertretend für vieles andere. Ich wollte mich ja kürzer fassen. Ja, dann sicherlich auch eine Frage, die im Vorfeld schon mal da war. Gibt es Dinge, die mein Kind mitbringen muss, wenn es ans Ratsgymnasium soll, darf? Ja, das ist gemeint. Gemeint ja sicherlich auch über die konkret materiellen Dinge hinaus. Also ich würde ganz spontan sagen, Neugierde und Freude und Spaß am Lernen, die sie auf einem Fall mitbringen müssen. Und dann, ja, wenn sie Spaß haben zu lernen und im guten, vielleicht auch noch, Bereich in den Hauptfächern klarkommen, es kann doch mal befriedigend dabei sein, wenn man so konkret sein will, kommen sie hier klar. Sie müssen, sich ein bisschen organisieren können, eine gewisse Arbeitshaltung mitbringen und dann funktioniert das hier. Also ich glaube, wir helfen ganz viel, um dann auf den richtigen Weg zu kommen. Wir hatten es ja vorhin schon mal gesagt, die Kinder kommen als Kinder hier an, die müssen nicht fertig hier ankommen, sondern es gibt viele Dinge, die wir mit ihnen zusammen entwickeln. Und es ist auch keine Sache, die man an Noten festmachen kann, sondern wichtig sind so Dinge wie Freude, Spaß, Neugierde, gerne hierher kommen. Wir arbeiten auch daran, dass die Kinder weiter gerne hierher kommen. Ich glaube, das gelingt uns auch an vielen Stellen. Und das wären so wichtige Voraussetzungen. Und wir können ja ein breites Angebot machen, auch was die Fächer betrifft, sodass auch Kinder ihre individuellen Schwerpunkte bilden können. Man muss nicht alles gleich mögen. Einer der Klassenlehrer aus der aktuellen 5 sagte vorhin gerade so schön, er hat so netten, einen Nikolausbrief von einer Schülern oder einem Schüler bekommen. Auch wenn ich ihr Fach nicht so gerne mache, gehe ich trotzdem gerne hin und finde das gut. Und das ist, glaube ich, die richtige Einstellung dazu. Man muss nicht alles gleich gerne machen, aber man findet so seine Dinge, für die man sich begeistert. Schule findet nicht nur in Wiedenbrück statt. Gibt es auch Austauschprogramme am Ratsgymnasium? Macht sich das Rats auf den Weg? Ja, ganz schwieriges Thema im Moment, weil alles, was es gab oder auch in Vorbereitung war, in letzter Zeit ja abgebrochen ist. Das heißt, wenn überhaupt läuft, ist es jetzt digital. Das ist der einzige Weg, der uns im Moment bleibt. Das ist im Bereich Spanisch, Französisch so auch auf dem Weg, dass man auch da zumindest digitale Kontaktmöglichkeiten nutzt. Ist aber im Moment leider eine große Baustelle, die durch die Corona-Situation nicht besser geworden ist, sondern eher jetzt ein Entwicklungsziel wieder für die nächste Zeit. Und nicht nur für uns, für alle das wieder aufzubauen, was jetzt in den letzten zwei, drei Jahren verloren gegangen ist oder nicht weiterverfolgt werden konnte. Ist eine Baustelle auf jeden Fall, die aber gesehen wird und auch bearbeitet wird. Was machen wir mit leistungsschwächeren Schülern? Also Stichwort Förderprogramme. Gibt es Fördermöglichkeiten? Ja, zunächst mal gibt es innerhalb des Klassenverbandes in der Jahrgangsstufe 5 und 6 entsprechend Stunden, um das aufzupören im Klassenverband. Und wir versuchen halt so individuell wie möglich innerhalb der Fächer dann auch zu arbeiten, um dann zu gucken, dass wir ihnen helfen können. Manchmal haben wir, das haben wir nicht immer, Fördermöglichkeiten in Mathematik oder in Englisch. Und wir haben auch die Möglichkeit zur Sprachförderung im Moment. Okay, wenn wir da nochmal bei den Förderprogrammen auch bleiben, Binnendifferenzierung im Unterricht, möglich oder nicht möglich? Ja, auf jeden Fall. Das versuchen wir ja, also das versucht ich gerade so darzustellen. Darum geht es mir, dass man innerhalb des Unterrichts natürlich bindendifferenziert in verschiedenen Leistungsgruppen oder in Angeboten, die man den Kindern macht. Also in den Deutschbüchern ist es immer so, dass es Aufgaben gibt, die sind für alle Pflichtprogramme und dann gibt es halt Wahlpflichtmöglichkeiten oder ich sag mal Sternchenaufgaben, wo wir dann auf diesem Wege differenzieren und auf jeden Fall sicherstellen, dass das Grundniveau für alle erreicht wird und für die Kinder, die manchmal ein bisschen schneller sind, die kriegen dann noch eine extra Aufgabe und dann bewirken wir uns auch da auf dem guten Weg. Ja, vielleicht auch noch, die Leute haben ja auch, glaube ich, hoffentlich haben sie draußen auch gerade gesehen, dass wir ja die Differenzierungsräume haben, die müssten wir vielleicht in dem Zusammenhang auch nochmal erwähnen. Ja, die nutzen wir auf jeden Fall. Die Räume im RG2 sind so, dass jeder Klassenraum einen Differenzierungsraum hat. Dann können Kinder in Einzelarbeit oder in Gruppenarbeit diese Räume nutzen und auch da dann konzentriert an extra Aufgaben arbeiten, die speziell für sie gestellt werden. Also wir nutzen tatsächlich diese Vielfalt der Räume, die wir da haben, sehr gut. Auch die Flure sind toll ausgestattet. Die Türen sind jetzt oft offen, auch bei uns gerade, zum jetzigen Zeitpunkt. Und dann gehen Kindern, die schon in Partnerarbeit Sachen vergleichen, nach draußen und kommen dann wieder rein. Und dann versuchen wir, das entsprechend dann im Unterricht dann auch wieder zusammenzuführen und sorgen dafür, dass die Kinder sich gegenseitig helfen und mitteilen, was wir herausgefunden haben. Dankeschön. Über Lernwerkstätten und Schüler helfen Schülern. Könnte man noch erzählen. Über digitale Ausstattung haben wir gesprochen, Herr Zewehme. Jetzt geht es um die personelle Ausstattung bei uns am Ratsgymnasium. Sind alle Stellen besetzt oder schlägt auch bei uns der Fachkräftemangel durch? Gibt es viele Unterrichtsausfälle, Vakanzen, Krankheiten? Und wenn ja, wie werden diese aufgefangen? Wie gehen Sie damit um? Ja, ein großes Thema. Ich versuche es aber kurz zu machen. Das Grundproblem, das wir inzwischen ja an fast allen Schulen haben, wird man auch bei uns merken. Das heißt, formal gesehen sind bei uns alle Stellen besetzt. Es gibt keine offenen Stellen. Und wenn wir mal eine Stelle ausschreiben können, dann können wir die auch besetzen. Also insofern schlägt bei uns der Fachkräftemangel nicht durch, weil wir auch für Lehrkräfte hier gute Arbeitsbedingungen bieten, so dass wir auch Stellen gut besetzen können. Das ist uns jetzt auch in der Vergangenheit immer gelungen, wenn wir Stellen ausgeschrieben hatten. Wir würden uns aber natürlich wünschen, dass wir noch eine bessere Ausstattung hätten, weil es die Dinge des Alltags gibt. Das heißt, auch Lehrerinnen und Lehrer werden krank. Und dann wird es manchmal schwieriger. Und da versuchen wir, Prioritäten zu bilden. Also wir versuchen in Jahrgängen 5 und 6 ein verlässliches Angebot zu bieten. Da soll nach Möglichkeit nichts ausfallen, sodass Sie wissen, wenn die Kinder von der ersten bis zur sechsten Stunde Unterricht haben, dann sind die auch von der ersten bis zur sechsten in der Schule bis 13.15 Uhr und kommen nicht auf einmal zwei Stunden früher nach Hause. Das soll nicht passieren. Wenn es mal besondere Krankheitswellen gibt, da kommt irgendeine Grippewelle oder was auch immer, und wir müssten doch mal in einer unteren Klasse eine Stunde ausfallen lassen, eine der Randstunden, dann wissen Sie das den Tag vorher, sodass Sie sich darauf einstellen können. Aber das kommt fast nicht vor, nur in ganz besonderen Ausnahmefällen. Ansonsten ist es so, dass wir weitgehend den Unterricht, der vorgesehen ist, auch erteilen können. Dass aber auch bei uns natürlich Vertretungsunterricht anfällt und dass es manchmal Situationen gibt, wo auch Unterricht nicht mehr vertreten werden kann. Das ist leider so, das ist leider Realität. Aber wir kümmern uns schon darum, dass wir möglichst schnell auch dann, gerade bei langfristigen Erkrankungen, in die Vertretung gehen. Dass wir Möglichkeiten finden, sobald wir wissen, es ist eine längerfristige Erkrankung da, dass wir da auch schnell eine Lösung finden. Dass Kinder, also gerade in Hauptfächern, nicht über eine längere Zeitraum unversorgt sind. Danke. Eine weitere Frage, vielleicht eher für den Schulleiter. Wie hoch ist der Anteil der Schüler aus Reda bei uns an der Schule, wenn Sie da den Überblick haben? Und werden an beiden Gymnasien mit denselben Büchern gearbeitet? Zu den Schulbüchern gestehe ich, könnte ich gar nicht sagen. Mein Tipp wäre wahrscheinlich nicht. In Englisch weiß ich es, dass wir mit unterschiedlichen Büchern arbeiten, was also Einstein-Gymnasium und Ratsgymnasium betrifft. Da gibt es auch, das organisieren die Schulen ja unabhängig voneinander. Die werden zum Teil mit den gleichen, zum Teil mit unterschiedlichen Büchern arbeiten. Wobei auch dadurch die einheitlichen Lehrpläne für das Land sich auch zwischen den Schulbüchern der großen Schulbuchverlage das gar nicht so viel tut. Genaue Zahlen, also sagen wir mal so, bei uns hier am Rats haben wir in der fünften Klasse Schülerinnen und Schüler, die kommen aus Wiedenbrück, die kommen aus Langenberg und die kommen aus Reda. Der größte Teil der Schülerinnen und Schüler hier kommt aus Wiedenbrück. Das ergibt auch sicherlich Sinn. Wir haben immer auch einen Anteil von Schülerinnen und Schülern aus Reda. Manchmal schon in der Fünf. Manchmal gibt es Kinder, die wechseln erst später dann hierher. Das hat ganz unterschiedliche Gründe. Und wir haben immer auch einen deutlichen Anteil von Kindern aus Langenberg. Darüber freuen wir uns auch immer ganz besonders, dass wir eben auch für Kinder aus Langenberg hier ein attraktiver Standort sind. Prozentual könnte ich das jetzt nicht sagen, wie viele das sind. Das ist auch unterschiedlich, hängt auch von sehr vielen unterschiedlichen Faktoren ab. Das sind ja manchmal dann auch Faktoren, wer geht dann gemeinsam zum Beispiel auf welche Schule. Es sind immer Kinder, also es sind auch Kinder hier, die kommen von der Parkschule, von der Andreas-Wendeber-Schule zum Beispiel. Aber auch jetzt in der Fünf, dass da Kinder aus Grundschulen aus Reda sind. Genau, das mischt sich hier. Spielt aber für die Kinder dann, auch wenn sie in der Fünf sind, sowieso keine große Rolle mehr. Die finden sich schnell als neue Klasse zusammen. Und die alte Grundschulzugehörigkeit ist da relativ schnell nach wenigen Wochen gar kein großes Thema mehr. Ich meine, das wissen die das gar nicht mehr. Danke. Die Frage nach den Smartphones. Wie ist der Umgang mit Smartphones bei uns auf dem Schulgelände? Also in der Fünf und Sechs, während der Unterrichtszeit, werden die Smartphones nicht benutzt. Die müssen in der Tasche bleiben. Es ist auch keine Voraussetzung, dass die Kinder schon Smartphones haben, wenn die von der Vier zu uns in die Fünf wechseln. Also die Kinder, es gibt immer mal Situationen, wo die Kinder zu Hause anrufen müssen. Da ist unsere gute Fee am Ratsgymnasium 2 da und das Sekretariat. Und die Kinder können sich so mit ihren Eltern in Verbindung setzen und das abklären, wenn irgendwelche Probleme sind, die unbedingt geklärt werden müssten. Ja, und ansonsten sind die Geräte in der Tasche und sollten während des Unterrichts nicht genutzt werden und zwischendurch auch nicht. Es gibt also ganz klare Handyregeln bei uns im Gebäude. Und die werden auch im Unterricht nicht benutzt, um da irgendwelche Aufgaben zu lösen oder Sachen zu machen. Nur dann, wenn der Klassenlehrer oder der Fachlehrer ausdrücklich auffordert, vielleicht irgendetwas zu filmen oder zu machen, dann ist das aber in der Hand des Lehrers, der eine klare Anweisung gibt, jetzt dürfen sie genutzt werden, sonst nicht. Danke. Vielleicht könnte man kurz anschließen an die Frage nach den Smartphones. Vielleicht könntest du ein bisschen was über den Umgang mit Smartphones bei unserer Klassenfahrt, die ja standardgemäß in der 5 auf Norderney stattfindet, wo wir uns ja ganz bewusst entschieden haben, dass wir keine Handys mitnehmen, sagen, wie da Erfahrungen sind. Ja, also bisher, also jedenfalls in den Fahrten, die ich immer begleitet habe, blieben die Smartphones zu Hause. Das hat sich bewährt. Da gab es auch dann da vor Ort keinen Stress und keine Ärger. Wir Klassenlehrer sind erreichbar über unsere Smartphones, die wir dabei haben, haben dann entsprechende Listen erstellt und erreichen auch die Eltern. Wir sind immer in engem Kontakt, aber die Kinder nehmen die Handys nicht mit. Und das hat sich sehr bewährt und hat dazu geführt, dass die dort vor Ort ja wirklich leben können und die Natur genießen können, gemeinsam essen, gemeinsam spielen, ganz, ganz, ganz viel draußen sind und einfach, ja, das Erleben im Vordergrund steht und ohne die Handys. Also das ist einfach gut. Das hat sich bewährt, dass wir das so durchgesetzt haben. Hier kommt nämlich noch eine Frage, die auch eher in die Unterstufe, auf die Unterstufe zielt. Arbeiten Sie in den unterschiedlichen Fächern mit Wochenplänen, sodass individuelles Lernen möglich ist? Also das gibt es ja sehr viel in den Grundschulen, dass Sie mit Wochenplänen Freiarbeit arbeiten. Ja, zum Teil. Also das wechseln wir sehr, sehr ab. Also es gibt durchaus Kollegen, die in bestimmten Phasen mal einen Wochenplan einsetzen zu bestimmten Unterrichtseinheiten und das ausgefüllt werden muss oder genutzt wird. Aber das ist nicht so, dass in allen Fächern immer Wochenpläne gemacht werden, sondern wir bleiben in einem Thema. Wir arbeiten in der Unterstufe sehr viel parallel mit den Klassen. Wir sprechen uns gut ab, was wir inhaltlich machen und versuchen eher bindendifferenziert zu arbeiten. Und dann kann auch mal ein Wochenplan dabei sein für eine bestimmte Phase, wenn Unterricht gemacht wird. Aber das ist nicht ständig die Variante, die wir wählen. Eine ganz praktische Frage aus dem Chat. Ab wann ist die Schule morgens geöffnet? Ja, die Schule wird gegen 7.30 Uhr ungefähr geöffnet und die Kinder kommen meistens so ab Viertel vor 10, vor 8 ungefähr dann in die Schule rein. Das hängt ein bisschen davon ab, wie sie in die Schule, wie sie zur Schule kommen. Ein relativ großer Anteil unserer Schülerinnen und Schüler fährt mit dem Fahrrad. Und dann haben wir eben die Kinder, die mit dem Bus fahren, Einzelne, die so nah wohnen, dass sie laufen. Aber schätzen würde ich so 70, 75 Prozent fahren mit dem Fahrrad. Und die fahren dann so los, dass sie Viertel vor 10, vor 8 da sind. Und dann Schule ist auf, natürlich. Dann um 7 Uhr, also sie wird eigentlich um 7 Uhr aufgemacht. Um 7 Uhr könnte man theoretisch schon rein. Wir lassen keinen draußen erfrieren. Aber das kommt auch eher selten vor, dass jemand so früh da wäre. Herzlichen Dank. Dann kriege ich die Information, dass wir so langsam in die Schlussrunde uns begeben sollten. Vielleicht für alle interessant. Die Frage nach den Anmeldeterminen fürs kommende Schuljahr. Und vielleicht noch ein paar allgemeine Hinweise bei Interesse, wie es, was Informationen angeht, weitergehen kann. Anmeldetermine sind im Februar, 17., 18., 19., Donnerstag, Freitag, Samstag. Wieder sind die Anmeldetermine. Bei der Anmeldung, erstens keine Sorge, es geht nicht danach, wer zuerst kommt. Sie können in allen drei Tagen kommen zur Anmeldung. Außerdem ist es in den letzten Jahren noch immer so gewesen, dass wir alle Kinder, die angemeldet wurden, auch aufnehmen konnten. Da wir drei- bis vierzügig geführt werden und von den Schülerzahlen das auch so ist, dass das immer passt, ist es so, dass wir alle Kinder, die angemeldet werden, auch aufnehmen können. Also man muss keine Sorge haben. Sie müssen keine Sorge haben. Und auch wer am Samstagmittag kommt, wird genauso aufgenommen wie diejenigen, die schon am Donnerstagvormittag da sind. Also wie geht es weiter? Genau. Verschiedene Punkte, wie es weitergeht. Zum einen dürfen Sie sich die Angebote, die wir hier auch digital machen, natürlich immer wieder ansehen. Dann gibt es jetzt kurzfristig die Möglichkeit, dass Sie auch individuelle Beratungsgespräche in Anspruch nehmen können. Bei Frau Dr. Theos oder bei mir können Sie über das Sekretariat hier der Schule auch Termine vereinbaren. Telefonnummer finden Sie auf der Homepage in Reda-Wiedenbrück 90340 ist die Telefonnummer. Da erreichen Sie unser Sekretariat und das kann Ihnen dann Termine anbieten. Wenn Sie Fragen haben, unsicher sind, noch mehr wissen möchten, nehmen Sie das gerne in Anspruch. Wir machen das gerne. Wir freuen uns, wenn Sie kommen und wenn Sie sich mit uns unterhalten, wir uns mit Ihnen unterhalten können. Und die können Sie jetzt im Dezember noch vereinbaren, diese Beratungstermine. Da finden wir immer eine Möglichkeit, das auch einzurichten. Und im Januar wird dann unser Tag zur offenen Tür stattfinden. Dazu kann aber Frau Dr. Theos etwas mehr sagen, weil sie auch für die Planung da verantwortlich ist. Ja, es ist natürlich jetzt gerade im Moment sehr schwierig, vorbehaltlos langfristig zu planen. Das ist uns auch klar. Was wir ganz sicher planen, ist ein digitaler Tag der offenen Tür, den man sich jederzeit dann anschauen kann. Wir denken aber auch darüber nach und sind dabei zu überlegen, wie wir ein Angebot machen können in Präsenz. Wir gehen davon aus, dass wir Führungen machen werden, auf jeden Fall in Kleingruppen, zu denen man sich vermutlich vorher anmelden kann. Wir werden alle Informationen zu dem konkreten Ablauf auf unserer Homepage, auf der Schulseite, die Sie bereits kennen, wo Sie alle Informationen bisher auch gefunden haben, veröffentlichen. Sie sollten da immer mal wieder vorbeischauen. Wir werden die konkreten Angaben, wann und wie wir starten, dort zeitnah veröffentlichen. Also sicher, das digitale Angebot auch noch mal wieder mit Möglichkeiten zu fragen und zu schätzen, das wird auf jeden Fall stattfinden. Und die Führung, die wird auch stattfinden, wie sie genau stattfinden wird, das werden wir jetzt in den nächsten Tagen klären und dabei darauf achten, was tatsächlich möglich ist. Also wir würden uns sehr freuen, wenn es möglich ist. Wir würden den Kindern und ihnen gerne das Gebäude zeigen, damit man es auch wirklich einmal gesehen hat und weiß, was auf einen zukommt. Und wir werden alles daran setzen, dass das irgendwie funktionieren wird. Und Sie bitten, sich zu informieren, schauen Sie auf der Homepage vorbei. Dort werden Sie alle Angaben finden, die wir dann entsprechend brauchen. Ansonsten, wie geht es weiter? Dann nach der Anmeldung haben wir ein festes Programm für den Übergang. Es gibt einen Kennenlern-Nachmittag und auch einen Informationsabend. Den gibt es entweder digital oder in Präsenz. Und einen Kennenlern-Nachmittag haben wir auch in den letzten beiden Jahren immer geschafft, dass die neuen fünften Klassen trotz aller Schwierigkeiten der aktuellen Situationen sich auch vor den Sommerferien schon kennenlernen konnten. Sodass da auch eine Möglichkeit da war, das zu tun. Das wäre dann der Ausblick auf die Zeit nach der Anmeldung. Zwei haben wir noch, denn die nehmen wir mit. Sonst ist jemand traurig draußen. Eine Frage zu Klassenfahrten. In Corona-Zeiten natürlich schwierig, aber in welchen Jahrgängen sind aktuell Klassenfahrten geplant am Ratsgymnasium? Also traditionell und dann kommen immer die Abweichungen. Aber machen wir in der fünften Klasse, zweites Halbjahr, die Fahrt auf die Insel, in der Regel nach Norderney. Ist wichtig für Klassenzusammenhalt, Klassenbildung. Der Jahrgang fährt nach Möglichkeit zusammen, sodass die Kinder sich auch als Jahrgang schon kennenlernen. Die nächste feste Klassenfahrt ist dann in der neunten Klasse. Das ist dann nach dem Klassenlehrerwechsel. Die Klassen bleiben zusammen von der fünf bis zur zehn. Nach der siebten Klasse wechselt die Klassenleitung. Da gibt es neue Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer. Die fahren in der neunten Klasse dann mit der Klasse nochmal auf Klassenfahrt. Am Anfang der elften Klasse, Beginn Oberstufe, gibt es die Jahrgangsstufenfahrt der neuen Oberstufe. Und dann fahren die dann auch in der Oberstufe nochmal auf Studienfahrt. Und das ist das ganz feste Programm, auf das sie sich verlassen können. Und wir haben auch jetzt trotz Corona-Zeiten es geschafft, für unsere Sechser die ausgefallene Fahrt in der fünf noch nachzuholen. Das war für den Jahrgang auch eine ganz tolle Erfahrung. Ja, und dann eine habe ich noch und die ist vielleicht sogar was für Frau Rolle Sichau. Aus der Grundschule kennt man die Milch- und Kakaopause und den Milch- und Kakaodienst. Wie sieht das denn am Ratsgymnasium aus? Nee, den Milch- und Kakaodienst, so haben wir nicht. Am Ratsgymnasium 2, haben wir ja eben schon erwähnt, sind wir eigentlich auch gerade dabei, ein bisschen zu überlegen, wie es weitergeht, weil wir gerade keinen Kiosk mehr haben. Und ja, als Bio-Lehrerin möchte man ja schon so ein bisschen diesen Spagat schaffen zwischen dem, was Schüler gerne essen und was gut für sie ist. Und da müssen wir jetzt uns auf den Weg machen und zwar in Zusammenarbeit mit den Schülerinnen und Schülern hier bei uns am Ratsgymnasium das eruieren und versuchen, dass wir hier einen Kiosk vielleicht, einen schönen Kiosk, mit dem wir alle irgendwie zufrieden sind. Das heißt, sie als Eltern, wir als Lehrer und auch die Kinder natürlich, dass wir da eben dann eine Möglichkeit finden, das so aufzubauen, dass das für alle tragbar ist. Und das wäre dann die Idee hier. Und wie Herr Zubeme auch eben gesagt hat, am RG2 gibt es halt auch noch sicherlich Beratungsbedarf, Änderungsbedarf. Aber das darf auch gerne dann aus den Reihen der Schülerinnen und Schüler kommen. Da freue ich mich immer sehr jetzt gerade so im RG2-Bereich, wenn man da mit denen dann zusammenarbeiten kann. Weil die sehr offen dann rangehen. Das finde ich immer sehr schön. Ja, das Schlusswort gehört und gebührt dem Schulleiter für den Abend. Herr Zubeme. Das weiß ich zwar nicht. Ich bedanke allen, die hier mitgemacht haben. Ich danke Ihnen vor allem zu Hause, die Sie uns heute Abend begleitet haben, das Ganze auch mit Ihren Fragen mitgestaltet haben. Das ist für uns halt sehr wichtig, dass wir auch wissen, was Sie beschäftigt, was Sie bewegt und was Sie gerne wissen möchten von uns. Wir versuchen dann, so gut es geht, auch Auskunft zu geben. Da bleiben Ihnen sicherlich noch Fragen offen. Diese Fragen, die noch offen geblieben sind oder die Sie jetzt im Nachgang auch erst ergeben aus dem, was wir hier erzählt haben, stellen Sie die bitte die Fragen. Das wünschen wir uns unbedingt auch gerne per Mail oder per Telefon oder eben dann in dem persönlichen Beratungsgespräch. Dafür sind wir da. Und das machen wir gerne, dass wir Ihnen Auskunft geben über unsere Schule und über unsere Arbeit hier. Vielen Dank. Wir sagen Danke. 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 Danke.